Hallo meine Lieben, heute ist der zweite Teil dran über die Spiritualität und spirituelles Heilen. Hellsehen und Wahrsagen setzen Spiritualität voraus, denn die spirituelle Wahrnehmung ist die Fähigkeit, sich intensiv seelisch und geistig zu bezeichnen. Ja, man kann sagen, sehen und fühlen mit dem Herzen. Sicher ist euch euer Bauchgefühl bekannt. So wie wir Bauchgefühl und Herzvertrauen erkennen, sind wir spirituell. Mit dieser unvorstellbaren Energie entwickelt sich eine Kraft, für das Leben Antworten zu finden. Spiritualität ist mehr als Meditation und besteht aus vielen Facetten, genau wie das Leben. Schlägt man im Wörterbuch nach, findet man darüber keine einheitliche Bedeutung. Bei sensibler Betrachtung erklärt sich Spiritualität als eigene seelische und geistige Fähigkeit, sich mit allem und jedem verbunden zu fühlen. Klar ist, die Seele erkrankt immer zuerst. Spirituelles Heilen bedeutet Seele, Geist und Körper und diese drei Ebenen sollen in Freude und in Glücksmomenten liebevoll in Einklang gebracht werden. Sie kommunizieren in ihren Schwingungsströmen miteinander, untereinander. Dadurch nimmt auf geistiger Ebene die Seele ihre Gefühle wahr. Jeder Körper hat seine eigenen Sinnesstörungen und dieses Spektrum ist breit. Heilen ist ein sanftes Behandeln, das nicht im Einzelnen, sondern als einzigartiges Ganzes gesehen werden muss. Wie kommen wir in Einklang mit Seele, Geist und Körper? Das heißt, mit unserem Wesen. Das Glück liegt in jedem Einzelnen. Denn es ist alleine unsere Entscheidung, glücklich zu sein. Das bedeutet, der Weg zum Glück liegt in uns selbst. Dieser Weg fordert uns selbst auf, daran zu arbeiten, das Glück zu bekommen und es zu erhalten. Denn unsere Einstellung ist wichtig für unsere Zufriedenheit, Offenheit und Dankbarkeit. Nutzen wir unsere Spiritualität für unser Glück. Im Einklang der drei Ebenen, nämlich der Seele, dem Geist und dem Körper. Zum Abschluss möchte ich noch bemerken, ich bin für euch da. Falls ihr Hilfe braucht, dann ruft mich einfach an. In Liebe, eure Dädel.